Hallo Lina, mir geht's nicht gut. Oho, das klingt aber nicht gut. Hast du dich erkältet? Ich weiß nicht. Eigentlich fühle ich mich gesund. Nur der Hals tut weh. Na, wenn das nicht von gestern ist. Du hast ja schön laut gesungen. We are the champions, my friend. Stimmt, aber ich bin besser trainiert als du. Übung macht den Meister. Hey, wir haben noch viel vor, du darfst jetzt nicht krank werden. Geh doch in die Apotheke und hol dir etwas gegen deine Erkältung. Das ist wahrscheinlich das Beste. Kommst du mit? Nein, ich schreibe lieber noch ein paar Postkarten. Weißt du denn, wo eine Apotheke ist? Gestern habe ich eine gesehen. Gleich bei der Bushaltestelle, auf der anderen Straßenseite. Danke, dann bis gleich. Bis gleich. Danke, dann bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich brauche etwas gegen Halsschmerzen. Guten Morgen. Ich brauche etwas gegen Halsschmerzen. Haben Sie auch Schnupfen oder Fieber? Haben Sie auch Schnupfen oder Fieber? Nein, im Moment bin ich nur heiser und der Hals tut weh. Haben Sie Beschwerden beim Schlucken? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Tut es weh, wenn Sie etwas trinken? Tut es weh, wenn Sie etwas trinken? Ach so. Nein, eigentlich nicht. Es kratzt und es ist unangenehm, wenn ich spreche. Ach so. Nein, eigentlich nicht. Es kratzt und es ist unangenehm, wenn ich spreche. Möchten Sie lieber einen Saft oder Bonbons? Möchten Sie lieber einen Saft oder Bonbons? Was hilft denn besser? Was hilft denn besser? Das ist schwer zu sagen. Der Saft wirkt gut, aber Sie dürfen ihn nur zweimal täglich nehmen. Die Bonbons dagegen können Sie stündlich nehmen. Kann ich auch beides kombinieren? Kann ich auch beides kombinieren? Das geht auch. Aber Sie sollten nach der Einnahme des Saftes zwei Stunden warten, bis Sie wieder Bonbons lutschen. Wie teuer sind die beiden denn? Wie teuer sind die beiden denn? Der Saft kostet 6,50 Euro und eine Packung Bonbons 2,30 Euro. Der Saft kostet 6,50 Euro und eine Packung Bonbons 2,30 Euro. Dann nehme ich lieber beides. Dann nehme ich lieber beides. Das macht dann zusammen 8,80 Euro. Das macht dann zusammen 8,80 Euro. Das habe ich passend. Hier, bitte. Das habe ich passend. Hier, bitte. Das habe ich passend. Hier, bitte. Dankeschön. Und gute Besserung. Dankeschön. Und gute Besserung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo Lina, mir geht's nicht gut. Hallo Lina, mir geht's nicht gut. Oho, das klingt aber nicht gut. Hast du dich erkältet? Ich weiß nicht. Eigentlich fühle ich mich gesund. Nur der Hals tut weh. Ich weiß nicht. Eigentlich fühle ich mich gesund. Nur der Hals tut weh. Na, wenn das nicht von gestern ist. Du hast ja schön laut gesungen. Wir sind die Champions, mein Freund. Na, wenn das nicht von gestern ist. Du hast ja schön laut gesungen. Wir sind die Champions, mein Freund. Hör auf, du warst ja auch nicht zu stoppen. Stimmt, aber ich bin besser trainiert als du. Übung macht den Meister. Übung macht den Meister. Hey, wir haben noch viel vor. Du darfst jetzt nicht krank werden. Geh doch in die Apotheke und hol dir etwas gegen deine Erkältung. Das ist wahrscheinlich das Beste. Kommst du mit? Nein, ich schreibe lieber noch ein paar Postkarten. Weißt du denn, wo eine Apotheke ist? Weißt du denn, wo eine Apotheke ist? Gestern habe ich eine gesehen. Gleich bei der Bushaltestelle, auf der anderen Straßenseite. Gestern habe ich eine gesehen. Gleich bei der Bushaltestelle, auf der anderen Straßenseite. Danke, dann bis gleich. Danke, dann bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich brauche etwas gegen Halsschmerzen. Haben Sie auch Schnupfen oder Fieber? Haben Sie auch Schnupfen oder Fieber? Nein, im Moment bin ich nur heiser und der Hals tut weh. Haben Sie Beschwerden beim Schlucken? Haben Sie Beschwerden beim Schlucken? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Tut es weh, wenn Sie etwas trinken? Ach so. Nein, eigentlich nicht. Es kratzt und es ist unangenehm, wenn ich spreche. Möchten Sie lieber einen Saft oder Bonbons? Was hilft denn besser? Das ist schwer zu sagen. Der Saft wirkt gut, aber Sie dürfen ihn nur zweimal täglich nehmen. Die Bonbons dagegen können Sie stündlich nehmen. Kann ich auch beides kombinieren? Kann ich auch beides kombinieren? Das geht auch. Aber Sie sollten nach der Einnahme des Saftes zwei Stunden warten, bis Sie wieder Bonbons lutschen. Wie teuer sind die beiden denn? Wie teuer sind die beiden denn? Der Saft kostet 6 Euro und 50 Cent und eine Packung Bonbons 2 Euro und 30 Cent. Dann nehme ich lieber beides. Dann nehme ich lieber beides. Das macht dann zusammen 8 Euro und 80 Cent. Das macht dann zusammen 8 Euro und 80 Cent. Das macht dann zusammen 8 Euro und 80 Cent. Hier, bitte. Das habe ich passend. Hier, bitte. Dankeschön und gute Besserung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.